Ich habe jetzt auch einen Support-and-Creator-Code, get on my level, einfach eingeben, einfach bestätigen, mich kostenfrei auf Ehren-Bruder-Basis supporten, Kuss, geht raus. 3, 2, 1, let's go, Digga, komm schon, Baby. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der beste Skin ever, oh mein Gott. Im Übrigen, diese Best-Side hier, diese Best-Side ist, also Richie Toons ist, und Heavy Blue sind die Map-Ersteller. Schön, dass sie bei mir keine Zeit reingemacht haben, die Schweine, Alter. Okay, also ich sage es so, ich werde locker jetzt zweites Level weit kommen, ohne einmal zu sterben. Okay, let's go, ich zeige euch ganz genau, wie es funktioniert. Ich zeige euch ganz genau, wie es funktioniert. Ganz easy, das ist so ein leichtes Ding. Oh, ich könnte hier Best-Side machen, sage ich. Guck mal, ich weiß auch gar nicht, warum die Leute so brechen. Das ist ein easy Ding. Heimspiel für Onkel Monte. So, easy, easy, bumm, zack. Gunnergy-Dose mitnehmen, moin moin Kylo. So, so, ganz leicht. Ganz leicht, dann hier. Ganz leicht. Gunnergy-Dose noch mitnehmen für XP. Bub. 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 Guck mal, wie Onkel Monte das hier macht. Wer sagt, ich kenne meine eigene Map nicht, hä? Huch, kurz hängen geblieben hier. Zack. 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 Guck mal, wie easy peasy, Digga. Ganz ein leichtes Ding. Oh. Huch. Ja, ein kleiner Schluck auf, nur. So. 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 Zack. 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 Und Level 2 schon. Ganz easy peasy. Nochmal die Gunnergy-Dose mitnehmen. Und dann sind wir schon im Level 2, Alter. Niemals spielt er selber. Du Arsch. Natürlich spiele ich selber. So, nochmal ein Checkpoint hier. Äh, wie geht das nochmal? Ne, so. Bub. Easy. Und dann sind wir schon im Level 2. Bub. 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 Zack. Das ist hier dieses Speedrun-mäßige, sage ich. Speedrun. Seht ihr das? Bub. 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 Digga, ich bin gut. So. So. Easy. Gar kein Problem hier vor Ungemonter. Was ist denn los? Spiele, äh, Spiele-Bug. Das war ein Bug. Ne, ne, war ein Bug. War, war ein ganz eindeutiger Bug für alle offensichtlich zu erkennen. Ganz offensichtlich zu erkennen. Okay. Den facken wir ein bisschen ab. Ha, ha, ja. Nein, nein, alles gut. Kleiner Schluck auf hier nur. Also ich, äh, werde hier easy das Level jetzt machen. Ab jetzt ohne Fehler. Zeig dir, wie das geht. Und guck ganz genau zu. So. 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 Easy. Mann! Ich kann mich nicht konzentrieren, weil er hinter mir ist, Mann. Meine Hände sind schon schwitzig. Ich hasse das. Warum ist der Typ wieder? Mann! Oh, mein Gott. Verpiss dich, du Nervensäge. 31er. Ah, ey, oh. Ha. Bin weiter als du. Du Sackratte. Ja, und da ist er runtergefallen. Karma. So, das ist jetzt hier ganz leicht. So. Äh. So. Aha. 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 Ganz ein easy Ding hier. Ganz easy. Ich werde den Typen so abfacken. Er wird so runterfallen. Ich weiß es. Komm, bitte fall hier runter. Bitte tu mir den Gefallen. Fall runter. Komm, fall runter. Fall runter. Fall runter. Bitte. Bitte. Ja. Der wird so sauer sein. So todsauer. So, weiter geht's. Easy. Easy. Dann gehen wir hier. Bumm. Gut. Dann rüber. Hä? Er ist wirklich gequittet. Nee, er ist da. Ja. Ich werde auf ihn warten und ihn wieder brechen und Richtung Erdkern schicken. Genau so nämlich. Warte. Ach, Digga. So. So. Und so. Und da sind wir wieder. So, wie gesagt. Und da hinten ist unser treuer Wegbegleiter. Wir werden ihn begrüßen. Ah, da werden wir zuschauen und das genießen, die Show. Perfekt. Perfekt. Okay. Dann lege ich jetzt einen vor. Guck genau hin. Guck genau hin. So. Okay. So. So. So nämlich. Sag ich. Hoffentlich fällt er runter. Bitte. Bitte. Bitte fällst du runter. Bitte. Bitte fällst du mir runter. Jetzt runter. Sofort. Okay. Er hat's geschafft. Also hier vorne haben wir einen Safe Point. Ach, Digga. Der Safe Point ist ätzend, aber den kriege ich. Mal gucken, ob er es schafft. Na komm. Na komm. Der wird so sterben. Er wird... Er weiß... Ja. Ich wusste es. Und er muss jetzt wieder. Von da und da ist er. Die arme Sau, Digga. Die arme Sau. Er ist so ein armes Messer. Er ist so im Bruch, Digga. Er war so weit und ist wieder ganz am Anfang, Digga. Okay. Ich zeige euch ganz genau, wie man diesen Abschnitt hier macht. Der ist sehr tricky. Okay. Der ist brüchig. Aber ich werde ihn perfekt jetzt sofort machen. Guck genau hin. Bumm. Ja. Ich hab's doch gesagt. Auch mal auf mich hören. Ich wusste es, dass ich den schaff. Weil ich ein Profi bin. Okay. Jetzt von hier. Aber, wie gesagt. Ich spawn jetzt ja hier. Aber diesen Spawnpunkt... Diesen Spawnpunkt gab es am Anfang gar nicht. Den haben wir nachträglich reingemacht. Um den Leuten es zu erleichtern. Guck mal, ich mach's jetzt. Guck mal hier. In einem sofort hinterher. Bumm. Nee, das war schnell. Nee, das geht noch. Super. Nee, das ist... Nicht aus... Doch, das ist ausreichend. Richtig. Moment. So, jetzt. Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Er ist sich unsicher. Er hat so Angst. Oh Gott. Er war so... Er war so dicht. Und doch so weit entfernt. Geil. Der Arme. Ja, der ist gebrochen, Digga. Super. Super. Was? Oh Gott. Der Arme. Oh Gott. Er wird ja so gepnechtet. Digga, der tut mir leid. Wie war'n das nochmal? Ich muss mit richtig viel... Ja, okay. Gut. Gut. Wichtig. Jawollski. Ganz wichtig und richtig. Bei einer Dose Gönnergy. Ja. So, und jetzt ist es ziemlich abgefuckt. Wir müssen da rüber. Nicht zu weit, 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 nicht zu weit! Mann! Verfickt! Ne, nein. Habt ihr das gesehen? Er hat hier vorne, an der Stelle, schon so losgelassen. Er ist nicht mehr gesprintet, gar nichts. Er hat es losgelassen. Er wusste, das war's. Ja! Ganz wichtig! Dann hier rüber. Hier. Warte mal. Oh, 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 unten. So. Okay. Dann müssen wir hier. So. Moment. Dann von da, da rüber. Dann hier. Oh Gott, das war richtig scheiße, Digga. Oha, er macht übelst den Speedrun, Digga. Seht ihr den Typen? Der macht übelst den Speedrun, yo. Digga, der ist voll gut! Oder auch nicht. Das ist eine richtige hinterlistige Stelle hier. Ne, doch nicht. Wichtig und richtig. Und das ist jetzt hier die abgewickteste, abgefuckteste Stelle überhaupt. Ich muss auf das Bouncepad raufspringen und mich da rüber schießen lassen. Um Gottes Willen. Okay. Bitte, 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 bitte! Oh, 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 oh! Ja! Ja! Easy! Gar kein Problem, Team! Das ist ja gar kein Problem. So, rein ins nächste Level. Als kleines Tribut an Shifty Mifty. Auf Kuss, 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 Kuss Basis. Ehrenbruder Shiften ist Miftnis. Verpiss dich, Junge! Verpiss dich, Junge! Oh, ist der doof. Ist der doof. Hä? Er hat aber kein Checkpoint genommen, oder? Er hat, glaube ich, kein Checkpoint genommen. Right? Hat er den Checkpoint versäumt? Er ist tot. Wenn er jetzt nicht hier spawnt. Oh mein Gott! Er hat den Savepoint nicht genommen. Doch, äh, doch. Doch, hat er. Digga, dann hast du Anzeige backt. Äh. Das ist auf jeden Fall extrem schwer, das Level hier. Hier haben sie irgendwas eingebaut. Jo. Oh Gott. Okay. Wer hat an Onkel Monte gezweifelt? Habt die Map in 17 Minuten geschafft. Ja. Mach mal die Augen zu. Dann siehst du, was du geschafft hast. Ach, verfickt! An dieser Stelle kein Bob mehr gehabt. Dieser OG-Parcours. Der ist echt schon extremst nervig, ja? Da stimme ich dir zu. Der ist schon wirklich extremst nervig. Ah, ja. Ja. Der ist wirklich... Also ich hab den OG-Teil schon geschafft. So ist es nicht. Aber, also diesen OG-Jump, aber der ist schon echt nervig. Meine F... Ach, der... Ach, ich bin auch... Ach. Digga. Ist das der Wehren? Mann! Finde ich schon... Ist schon von der Brüchigkeit... Bringt einen das schon an die Grenzen, ja? Ach, Digga. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ach, ich... Ach, Digga. Piss dich. Er wartet auch noch, ey. Das Gute ist ja, für mein Gewissen, ich muss es nicht schaffen. Aber ich will es schaffen. Ja, dann lauf mal vor. Dann zeig mal. Dann zeig mal. Zeig mal, wie du es machst. Okay. Mann! Du Wichser. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser, Digga. Ja! Mann! Ach, Digga. Das habe ich schon wieder vergessen, dass das Ding da ist. Bing, bong. Aufstehen. Onkel Monte. Wer war bisher der Schnellste? Och, Mann! Digga, ich habe Alzheimer. Ey, meine Fresse. Ich weiß nicht, wer bisher der Schnellste war. Och, Mann, ey. Weil er Auge geschmissen hat. Neue Runde, neues Glück. Dieses Ding hat mich so abgrundtief schon gebrochen in der Vergangenheit. Aber wenn man es dann schafft, sehr gutes Gefühl. Ein sehr gutes Gefühl, sage ich! Ah, ja! Karma ist a bitch! Die Position werde ich ein wenig ausnutzen. Ein dickes, fettes Auge. Auge! Ja, mein Auge ist stärker als dein Auge. Ah, man erntet, was man sieht. Die ganze Zeit hat er Auge bei mir geschmissen, die kleine Dreck-Sau. Und jetzt kriegt er ein mächtiges Auge zurück vom Onkel Monte. Auge, 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 Auge. Ja, da rauf jetzt, genau. Und jetzt hier rauf. Ach, scheiße, Mann. Komm, hier längs. Das ist... Oh Gott, der Arme. Der Arme, das ist ja... Digga, das ist ja so gemein. Barrikade machen geht nicht. Ah, ja! Das tut mir so leid. Das muss sich so scheiße anfühlen, in den Tod zu fallen, in der Situation. Du stirbst jetzt, du Noob. Du bist ne Kack. Ach, Digga! Okay, let's go. Weiter geht's. Genug rumgescherzt. Ich mach hier den... den Rudelführer. Okay, sehr gut. Der Druck ist auf meinen Schultern. Der Druck ist... Oh, ja. Gucken, schafft es jeder? Hä? Sieht tot? Ja, tot. Ehrlich? Das Ding ist ein Bruch. Das Ding ist hier ein Bruch. Aber ich werde es schaffen. Seht ihr? Und dann... So. Und schon bin ich durch. Easy peasy lemon squeezy. Digga, hallo. Wer hat an mich geglaubt? Oh Gott. Mal schauen, schafft das? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, Digga. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh mein Gott. Bitte nicht sterben. So. Jetzt hier. Ja! Ganz wichtig. Ja! Ja, also ich freue... Digga. Warum freue ich mich? Ich weiß sowieso, ich werde an dieser Wand sterben. Und dann... So. So, gut. Chat hat sich wieder beruhigt. Oh, mal entschuldigen, Chat, sage ich. Kann ich hier... Oh mein Gott. Bitte nicht. Nein, verfickte... Und von vorne. Geil. Wichtig. Okay. Okay. Gut. 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 Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Okay. Anscheinend nicht. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Wie hat er es gemacht? Ich hänge hier fest. Verfickte... Fick... 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 Verein... Fick... Fick... Du f***... Du dumme... F***... Perfekt! Ich mache es perfekt! Ich habe es gewusst! Weil ich beliebt habe! Gut Ding will Weile haben! und ihr wart dabei! Ja! Ich believe! Ich believe! Ich believe! High five, bro! Bester Mann! Das habe ich auch schon mal geschafft. Ist aber ewig her. Und ist echt ätzend. Ich lasse die Jungs erstmal laufen. Und ergötze mich, deren Bruch eventuell. Ja! Ich weiß nicht, warum der Timer läuft. Das ist vielleicht ein Bug, der Map. Als Speedrun-Variante. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Ja! 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 Wichtig! Wir haben den Checkpoint. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Du F.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O!